Wir machen weiter im Programm mit dem nächsten Kampf Muay Thai bis 63,5 Kilo, drei Runden nach zwei Minuten. Ich rufe dazu als erstes in die Rote Ecke vom Muskelkater Mainz, Osman Bayram. In der Rote Ecke, Osman Bayram, sein Gegner für die Blaue Ecke aus dem Rovignoc in Luxemburg, Nikolas Ostumi. Musik Das war's für heute. Und der Blondeckel, Nikolas Oshoumi! We go! We go! We go! We go!